Hey, hey, herzlich willkommen zu einem Video. In diesem Video bin ich ein Mimo. Ihr seht iNeptia's Glock. Was sagst du hier zu meiner neuen Frisur? Die ist nice, oder? Ich habe auch neuen Bart jetzt hier. Ich sag mal, richtig krass, Digga, was ist das? Für eine Scheiße. Bis zum nächsten Video von iNeptia's, ja! What the fuck? Luca hat eine Pizza rausgebracht und diese Pizza ist eine Pizza Broschut. Tschönen guten Tag. Also erstmal, dass ich jetzt Polarol esse. Ich hab zwar nicht die Lücker-Pizza, ich hab aber eine Pizza pro Schott hier drin liegen. Ist halt das gleiche, nur halt ohne schwarzen Teig. Und hier ist eine krasse Pizza, die ist noch krasser als die Lücker-Pizza, das ist eine Burger-Pizza. Der läuft mir jetzt hinterm Bildschirm. Das ist eigentlich sehr stark, weil der ganze Ton dann nach hinten weg geht. Geil, oder? Finde ich auch geil. Ah, mein Fuß, mein Fuß! Ah, mein Fuß! Gell, oder? Kann das sein, dass du aufnimmst? Nein. Aber doch, also. Hey Siri, ich hab ne Idee. Hey Siri, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Hey Siri, ich hab ne Idee. Kurzbefehle sagt recht. Glaub ich nicht. Schon erledigt. Hey Siri, ich bin dumm. Ja, ja lol lol ich auch. Aber du noch mehr lol 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 Spaß hast und ein bisschen Gras lol. Nee, eigentlich doch kein Spaß. Du bist ziemlich dumm. Ich erschrecke mich jetzt. Ich erschrecke mich jetzt. Ich hab mich erschreckt. Äh. Ah! Das ist der Hände. Warte, was ist das? Es tut mir leid. Wie erschreckt das? Irgendwie kann das sein? Nein, sag ich nicht, Alter. Ah, du bist so gut. Schönen guten Tag. Ich bin's. Oh. Warum ist diese Pizza einfach angebrannt? Ich meine, ich kann hier auch selber anbrennen. Muss nicht fertig angebrannt sein. Mein Humor ist schwarz. Er rudert im Takt der Trommel. Was für ein scheiß Witz hier. Ah! Ja, Niklas. Rollst du ihn auch schon? Mehr auf die Everwatch. Wenn du rauskommst. Oder auf die 9,5. Wenn du rauskommst. Nimmst du das eigentlich die ganze Zeit auf? Ja. Warum? Weil das für den Vlog-Content brauch noch. Echt jetzt? Aber ich meine, das ist krasse Aufnahmen hier, oder? Das muss schon sein, dass ein Sauschen auf dem hier steht, aber... Ja. Ähm. Und zwar. Du hast ja draufgemalt. Ja, weißt du wieso? Weil es die falsche Tastatur war. Das ist eine englische Tastatur. Was ist mit dem anderen? Ich hab die eigentliche deutsche Tastatur. Wenn der Blei stirbt. Ja, wenn der Blei stirbt. Guck, hier schreibt mir an, statt Z an Y eigentlich nicht. Ah! Oh, es ist gefährlich. Pass auf, der ist gefährlich. Was hast du das Problem dabei? Du kannst ihn nicht ausmachen. Ohne die anzumachen. Also... Ich hab... Ich hab keine App. Ah! Was passiert? Ich fühl mir den. Ah. Hier und dann. Aua. Aua, okay. Nicht so schlimm. Ähm. Ich war jetzt in der Woche vor den Herzferien beim Praktikum im Altenheim. Das ist wirklich lustig. Du kannst hier eine Schreibung angucken. Hab ich verlinkt. Man kann es ja einfach anhören, ohne was zu sehen. Das heißt, du kannst einfach was anderes machen. Du kannst über einen Bursche schauen, wo du ihn fangst, ne? Beim Autofahren, oder? Du hast was auf dem Weg, was zu tun. Du hörst den Podcast ein. Und das ist krass. Und deswegen glaube ich, das Podcast noch ein bisschen krasser werden bald. Und deswegen mach ich auch einen Podcast. Aber du kannst den Podcast anhören. Gerne. Kostenlos. Das ist ja alles schlimm. Auf Spotify gibt's den Jonas Podcast. Gibt's auf Anchor, Google Podcast. Überall. Keine Ahnung. I like Chinese. I like Chinese. Sieht sehr behindert aus, so. Kann ich jetzt da klicken. Für noch mehr Vlogs. Alle ganz lustig. Kann ich auch nicht sehen. Scheiße. Da kannst du lustige Comedy-Reviews angucken. Die sind alle sehr lustig. Und hier kannst du mich abonnieren. Tschüss.